Musik Ach Schatz, arbeitet doch nicht immer so viel. Das ist nicht gut fürs Baby. Aber ich muss doch den Kindern noch das Abendessen vorbereiten. Schatz, setz dich hin, ich mach das für dich. Kochel macht Spaß, Kochel tut gut. Ja, Kochel macht Montag. Leonie, glaubst du, ob Mama ein Junge oder ein Mädchen bekommt? Also ich tippe auf den Jungen. Was denkst du? Also ich glaube, es wird ein Mädchen. Ich hab eine super Idee. Wir könnten ja eine Gender-Reveal-Party machen. Hä? Aber Leonie, was ist denn eine Gender-Reveal-Party? Mia, das heißt Gender-Reveal-Party. Mama, wir haben eine grandiose Idee. Ach ja? Was denn? Wir könnten eine Gender-Reveal-Party machen. Das heißt Gender-Reveal-Party. Gender-Reveal-Party? Super cool, da bin ich dabei. Ach Leute, ist das nicht zu viel Aufwand? Ach Schatz, das wird schon. Wir feiern einfach eine mega Fete. Yippie! Das wird eine super Fete. Ich rufe schnell Tante Rosi an und frage sie, ob sie die Party für uns organisieren will. Ach so stimmt, denn nur sie weiß das Geschlecht unseres Babys. Hallo, Rosi Müller am Apparat. Ach hallo Katrin, wie geht es dir? Schon in den Wehen ausgebrochen? Nein, noch geht's mir super, aber ich hab da mal eine Frage. Eine Gender-Reveal-Party organisieren? Natürlich mach ich das für meine Lieblingsschwester. Weißt du was? Die Party steigt schon morgen. Also seid pünktlich, um 11 Uhr. Oh, ich frag mich, was Mama da so lange mit Tante Rosi telefoniert. Denkst du, das ist gut? Ich weiß nicht, aber ich denke schon, dass Tante Rosi das für uns macht. Hallo Kinder, gute Nachrichten. Morgen steigt die Party. Yippie! Aber jetzt ab ins Bett. Morgen wird ein anstrengender Tag. Yippie! Guten Morgen! Aufstehen! Yippie! Heute weiß ich, ob ich einen Bruder oder eine Schwester bekomme. Los geht's! Oh, es fällt jetzt hier kurz zu gingen. Hey Leute, da kommen die Hauptpersonen. Hallo! Hallo! Schön, dass wir da sein dürfen. Okay, ähm, jeder, der denkt, es wird ein Junge, kommt auf meine Seite. Und die anderen, die denken, es wird ein Mädchen, auf die andere. Und die Post lasst jetzt bitte in die Mitte, weil jetzt erfahren wir, welches Geschlecht es wird. Und da geht's. Und da geht's. Untertitelung. BR 2018